Hi, mein Name ist Peter Fram und hier sind 6 Vorteile, die du hast, wenn du Single bist. Und ja, Beziehungen können etwas Schönes sein, wenn euch der Sinn danach steht. Das ist jedem selbst überlassen, das gebe ich logischerweise nicht vor. Aber das Single-Leben muss auch nicht die Hölle der Einsamkeit sein, wie die meisten Leute das so erleben, sondern man kann das auch sinnvoll nutzen, um sich zum Beispiel auf die nächste Beziehung, falls einem denn der Sinn danach steht, sinnvoll vorzubereiten. Also Punkt Nummer 6, Freiheit und Unabhängigkeit. Im Schnitt hast du als Single natürlich ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Freiheit, dein eigenes Ding zu machen, dein eigenes Leben zu leben, deine eigenen Hobbys voranzubringen, deine Karriere voranzubringen und so weiter und so fort, weil einfach nicht die Freie Nennende dauernd da ist. Und du kannst auch spontaner unterwegs sein, rumreisen, den Wohnort wechseln und so weiter und so fort. Und auch deine verschrobenen und nerdingen Hobbys, die du gegebenenfalls hast und einen Partner vielleicht nicht die ganze Zeit zu Gesicht bekommen soll, die kannst du auch in epischer Breite ausleben, ohne dass gemeckert werden kann. Vorteil Nummer 5, die Persönlichkeitsentwicklung läuft im Schnitt, wenn man es ein bisschen richtig angeht, wesentlich besser, wenn man Single ist. Manche behaupten auch, in der Beziehung lernst du viel mehr, als wenn du Single bist. Aus meiner Berufserfahrung heraus ist das eher andersrum, dass du als Single viel mehr Möglichkeiten hast, dich persönlich zu entwickeln. Wenn du es ein bisschen richtig angehst, natürlich, wenn du nur auf der Couch rumpimmelst, dann geht da logischerweise auch nichts vorwärts. Aber wenn du es richtig angehst, was läuft im Schnitt besser? Fitness, Ernährung, Karriere, Disziplin, durchziehen und so weiter, läuft im Schnitt besser, weil einfach weniger Chance auf Ablenkung da ist. Und lass uns dann nochmal hier essen gehen und da nochmal auf der Couch rumhängen. Oh, tut mir leid, Schätze. Leider haben wir keine Zeit für weitere Dinge. Und ja, man kann das theoretisch auch parallel zur Freundin genauso durchziehen. Natürlich ist aber für die meisten nicht ganz so leicht. Die Versuchung, wie gesagt, lauern links und rechts. Du wirst in Versuchung geführt werden von der dunklen Seite der Macht. Vorteil Nummer 4, mehr soziale Kontakte und bessere Flirt-Skills. Da auch wieder, wenn du es ein bisschen richtig angehst und dich nicht komplett daheim vom PC vergräbst. Denn als Single kannst du ja, wenn du ein bisschen handelst, viel mehr rumflirten, viel mehr Leute kennenlernen, viel mehr Bekanntschaften und Kontakte auch knüpfen, die gegebenenfalls ansonsten innerhalb der Beziehung in die Quere kommen würden. Und wie gesagt, du hast auch mehr Zeit, überhaupt unterwegs zu sein und auch alleine unterwegs zu sein, wo dann Flirt-Gelegenheiten zustande kommen. Du kannst in mehr Vereinen rumspringen, da neue Leute kennenlernen. Auch zum Beispiel beim Reisen, wenn du alleine bist, da kann man schon mal leichter auch jemanden kennenlernen. Dann natürlich, als wenn du mit deiner Freundin da bist, ist vielleicht jetzt nicht die geilste Idee, dann lauter Leute im Urlaub kennenzulernen, vor allem wenn es da ums andere Geschlecht geht. Vorteil Nummer 3, du hast im Schnitt mehr Kohle. Da auch wieder, wenn du es ein bisschen richtig angehst und nicht alles falsch machst und überall die Kohle einfach nur so rausballerst für die Hobbys. Aber im Schnitt kannst du dich mehr auf deine Kohle konzentrieren, mehr auf deine Karriere konzentrieren, Investments und so weiter und so fort. Du hast wieder mehr Zeit für den ganzen Kram. Du kannst ein bisschen egoistischer sein, in Anführungszeichen, und dich ein bisschen mehr um diesen Part kümmern. Die Säge kannst du auch besser schärfen, das heißt an deinem Skillset arbeiten, um eben mehr Geld zu verdienen in Zukunft. Und du hast natürlich zusätzlich auch die alleinige Kontrolle über deine finanziellen Ressourcen und kannst dementsprechend auch Sachen vermeiden, die man mit der Freundin schon mal schnell macht. Wie gesagt, du kannst es auch komplett falsch machen, absolut. Vorteil Nummer 2, weniger Stress und Konflikte, außer du machst dir den Stress auch alleine und gehst die gleichen Konflikte auch in deinem Leben alleine ein. Aber ja, da wo Menschen aufeinandertreffen, vor allem in Beziehungen, das birgt auch durchaus Konfliktpotenzial. Vielleicht noch nicht ganz am Anfang, außer ihr seid voll die Drama-Queens dann auch direkt am Anfang. Aber im Laufe der Beziehung kann das schon mal zu Reibereien kommen, die auch anstrengend sein können, wenn da die verschiedenen Dynamiken aufeinander prallen. Und wenn aber kein Partner da ist, dann musst du schon mit dir selbst Stress machen oder mit anderen Stress künstlich anfangen im Außen. Willst du nicht bald mal wütend werden? Ich bin wütend. Da ist es nicht ganz so leicht. Und der aus meiner beruflichen Sicht wichtigste Punkt, mit dem die meisten Leute auch die größten Probleme haben und deshalb ist das Single-Leben immer für viele so die Hölle und deshalb rasten auch alle aus, wenn Beziehungen nicht ewig halten, was ein völlig normaler Lauf der Dinge ist, dass Beziehungen durchaus auseinander gehen können und nicht für die Ewigkeit gemacht sein müssen. Und zwar der Punkt emotionale Autonomie, das heißt vernünftig alleine sein können. Denn ehrlich gesagt gehen die meisten Leute einfach nur irgendwelche Kompromissbeziehungen ein, jetzt nicht wirklich mit dem Traumpartner auch meistens. Und warum? Ja, damit sie nicht alleine sein müssen. Aber manchmal bin ich halt alleine. Weißt du, bin ich nicht alleine. Diese Hölle der Einsamkeit soll krampfhaft vermieden werden, weil alleine sein bedeutet ja auch automatisch immer einsam sein und der ganze Matrixkäse, der da mit reinspielt. Aber dieser Quatsch ist nicht die Wahrheit. Und wenn du aber alleine bist, kannst du jetzt schlecht sagen, jetzt gib mir doch mal mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung und externe Liebe. Ich brauche das, sonst fliegt mir die eigene innere Leere um die Ohren. Nein, wenn du alleine bist, dann musst du lernen, das selbst zu machen. Dir Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe und so weiter zu geben. Und wer das gut kann, wer das vernünftig trainiert hat, der ist nicht nur als Single glücklicher und kann sein Leben einfach ganz normal leben und diese Vorteile, die ich hier genannt habe, auch wirklich nutzen im Sinne der positiven Persönlichkeitsentwicklung. Nein, sondern du bist auch zusätzlich, wenn die nächste Beziehung denn um die Ecke lauern sollte, ein wesentlich angenehmerer Partner, weil du eben den Gestank der Verzweiflung nicht an dir hast und nicht absolut abhängig bist von dieser neuen Beziehung. Denn du weißt ja, wenn die wieder in die Brüche gehen sollte, was Teil der menschlichen Erfahrung sein kann, dann kommst du wieder hervorragend alleine. Klar, das hast du ja gelernt und trainiert. Und diese Energie wird immer interessanter und attraktiver bleiben als der Gestank der Verzweiflung. Das liegt dem menschlichen Säugetier einfach inne. Ist das ein deutscher Satz? Das liegt dem Säugetier inne. Ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Das heißt, wenn du vernünftig gelernt hast, alleine zu sein, dann ist entweder Single-Leben oder Beziehungsleben sowas wie zwei fantastische Seiten derselben Medaille. Beides hat Vor- und Nachteile. Und dann bist du für alle Eventualitäten gewappnet und kannst dein Leben entweder als Single oder in einer Beziehung immer wieder aufs nächsthöhere Level bringen. Wer bei diesem ganzen Themenkomplex noch Potenzial nach oben hat, Luft nach oben, der kommt gerne zum Coaching. Die Links zum kostenlosen Erstgespräch sind unten in der Beschreibung. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Wird's bald.